Viparita Dandasana, der umgekehrte Stock, ist ein fortgeschrittenes Yoga-Asana, eine Variation von Chakrasana. Ausgangsposition kann Chakrasana sein, das Rad. Von hier gib die Ellbogen auf den Boden und falte die Hände und gib den Scheitel auf den Boden. Dann strecke die Beine aus, denn es soll ja ein Dandha werden und Dandha heißt Stock. Wenn du es kannst, kannst du sogar die Füße zusammengeben. Du kannst auch die Füße auseinander, dann wäre das Prasarita Pada Viparita Dandasana, also der Stock mit Beinen auseinander. Von diesem Viparita Dandasana gibt es noch weitere Variationen. Du kannst auch den Kopf heben dabei, nicht mehr den Kopf auf dem Boden. Und du kannst auch noch dann die Hände heben und die Hände entweder an die Schultern oder an den Nacken geben, sodass du nur noch auf Ellbogen und Fußsohlen ruhst und dabei die Beine strecken. Viparita Dandasana erfordert extreme Flexibilität in der unteren Wirbelsäule oder auch in den Schultern. Das ist eine gute Übung, um dich ganz zu öffnen zur Kraft des Himmels. Schienbeine, Oberschenkel, Becken, Bauch, alles zeigt zum Himmel hin und öffne dich und gib dein Gefühl weiter. Wie alle Rückbeugen öffnet es natürlich auch Herzchakra und Kehlchakra.